Also wir sind back mit Kazuya und ich hab schon was rausgefunden, das ist echt pervers. Wenn ich es über Execution weiß, mal hinkrieg. Scheiß PS5 Controller. Yeah, oh mein, brother, du wirst belohnt für deine Execution. Ja, komm. Brother. Okay. Keine Ahnung was ich da machen soll Scheiße Herr Ausflug weil dieses 3 1 cancel das ist irgendwie ein bisschen zu langsam Hat er noch jawoll Ja das geht auch Ja reicht Ah ok Ich glaube es ist ein sidestep 3 counter hit Ist weg Ah nein das geht noch Krass Aber kann man das Ja Bro Ähm Jawoll Ok das geht noch Ah na schien Der hat balls Ok ähm Jetzt will ich euch Oder ich habe es schon gemacht Alter wie geil Das war super optimal Mal Alter so geil sei der 5 2 Mäh Ja was versuchst du hier Nein Bro Ich wollte es gerade low parryen aber ging nicht Nice Hä Was ist das für ein Dings Timing Ok Jawoll man kann sich nach dem Kampf nicht mehr bewegen Dankeschön Kurzweite geworden Also Äh Was ich Ähm Was brauche ich noch FF3 Geil Aber wie funktioniert das mit dem Down forward halten Down forward halten Ok dann probieren wir das mal aus Ähm Ja machen wir es einfach Äh ok Ok dann probieren wir jetzt mal die ultra krasse Combo Alter komm schon Willst du mich verarschen Scheiß PS5 Controller Nein jetzt nicht Äh 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 Falsch 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 Was habe ich falsch gemacht Ender Aber ich glaube da geht gar nicht Der geht da gar nicht mehr Komm schon Ja das ist zu weit weg Nein Falsch 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 Ja ich bin dumm äh Down Ja das trifft nicht mehr Aber ich bin��isch Ähm, anstatt vielleicht mal gucken. 81 sind es, okay. Alter, das hat mich grad voll geschickt. Alter, warum sind hier 4 Electrics so einfach? Ah, das gibt's ja auch noch. Äh, 81 war's. Scheiß Missimpuls, Alter. Ja, ich muss die 14er machen. Ja, trifft leider nicht mehr, okay. Also 81. 80. Sie trifft es so, Alter, wie weit das geht. Sieben, acht. Also ist das hier definitiv besser. Also mit dem down forward 1, 2. Äh, down forward 1, down forward 2. Into 3, 1, down forward 3. Oder 3, 1, cancel 3. 2, 2, cancel. Die Frage ist jetzt. Hm, hm, okay, war klar. Das muss man voll lange halten, bis er das registriert. Ich bin eigentlich an ein anderes Timing gewöhnt. Das muss man übel lange halten. Ist wieder der gleiche? Hat er mich einfach aus dem Float genommen. Ja, ich crashe einfach alles. Das war so klasse da rein drücken. Wie geht hier Laser? Alter das sieht geil aus. Range. Hier dein Waller. Ja, drück einfach. Drück! Wie kriege ich den zur Wand? Ja, Tekken 7 Combo. Funktioniert sogar. Epic fail. Was war das für ne Range? Tschüss! Ja selber schuld. Zu gierig. Ja, das war so klar. Ähm... Ja, das trifft nicht mehr, okay Wie ging eigentlich der neue String? Das muss ich testen, das ist gut für die Wand Ja, mach deinen Scheiß Alter, ist der krasser Märchen Alter, ich hab meinen alten Rage-Out-Button gedrückt, ich vollidiot Selber schuld Ähm, ich muss diesen neuen Warlander String lernen Oh mein Gott, Cold Stars geworden Ja, noch was Okay Ja Ja, ich bin grad nur am Märchen Ähm Weil ich zu sehr abgelenkt bin Alter Wie krieg ich den zur Wand Und was mach ich an der Wand Oh, wake up Alter Was ist das für ne Warum trifft es Grounded Das ist doch bescheuert Bro Ja, Bro Ja, Alter Ja, selber schuld Ja, reicht Amateur Warum drück ich da rein, ich vollidiot Ja Hier, dein Wallah Reicht langsam Ah, das kann man aufladen Brother Lounge Ja Weiter daneben ging's nicht, Alter Hör auf zu drücken, Alter Reicht Ja Ja, will ich jetzt nochmal Aber Ich weiß nicht, was ich da als Filler machen soll Wegen Jab Äh Okay Ja, natürlich Natürlich Wieso denn auch nicht Naja Hör auf zu drücken Herr Der schwitzt auf seinen Reinen, Alter Ah, brother Ah, brother Kijöel Jawohl Jawohl Hör auf zu drücken Einfach Ganz Ganz Einfach Okay, 18 Minuten sind drin Äh, was wollte ich jetzt Move-List schnell Liste der Angriffe Ja, das juckt mich nicht Ja, down for the third Down back 1, 2 Back 4 Krank Back Und das ist ultra geil Das war klar Das war klar Raidshot 1, 2, 2 1, 2, 2 1, 2, 2, 3 1, 2, 4, 3 2, 2 Ja Mit Gott step Wie kreativ Wie kreativ Ja Ach so Das ist okay Dann vor 2 Krass Wallpressure So geht der Down for 3 Plus 4 1, 2 Down for 3 Plus 4 1, 2 Down for 3 1, 2 Down for 3 Plus 4 1, 2 Und das ist der Ender Back 2 2 1 Plus 2 Down for 3 Plus 4 1, 2 Und Back 2 2 1 Plus 2 Der hat ein Delayed Ja Der hat den Immer noch FF3 FF4 Geil Ja 10 Hat der Throw mäßig Was neues Bekommen Hä Was ist das CD 1 plus 2 Okay Okay Ist alles gleich Alles gleich Alles gleich Alles gleich Das hat Besser Gewacht In Heat Kann er fliegen Okay Alter Der hat Der hat Kazooja Macht Tid Echt Was Aus Bei Jin Jetzt Nicht So Aber Da Passiert Auto Auto Da Wahrscheinlich Auch Ja 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 Throw Throw Normal 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 Statt FF1 Plus 2 Ab Forward 1 Plus 2 Die Inputs Haben sie aber Vereinfacht Der hat einen Ground Laser Okay Also Als Ender Hier Und der geht Ja Das trifft Nicht mehr Okay Da muss ich Ja Geht Doch Alter Jawohl Let's go Alter Mit Rage Pervers Dann Anstatt Diesem Billchen Rage Tod Tod Rage W Rage 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 Downfall 2 Rage 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 Ich fühl mich Ist auf jeden Fall besser so. Ja, Arme. Nice. Mhm. Ich wollte nur was ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ist das ein Two-Break? Back-Turn. Oh mein Gott. Oh, what the fuck? Ah. Ja, meine Rage-Hard kam raus. Ja, Mesh halt rein. Ah, warum haben wir eine Electric? Das kann man, wenn das Wall splattert, kann man das einfach nochmal machen, glaube ich. Das war nur ein scheiß Angle. Äh, Rick, komm. Der hat direkt gedrückt da. Warum steht da V-Ray? Das muss sich sofort ändern. Ich war doch unten. Der will mir jetzt perfekt schieben. Ich könnte das einfach ducken anstatt... Egal. Ja, ich friss gerade alles. Der denkt doch, dass es dickens... Alter, Bro, einfach keine Hemmungen. Ja, mit AOP braucht man auch keine Hemmungen. Mit AOP braucht man auch keine Hemmungen, Alter. Einfach AOP'n, sobald der Gegner angreift und alles ist gut. Beruhig dich mal, Alter. Ja, der drückt da. Ja, okay. Ja, drück! Mach da! Was? Halt dein... Brother! Ist der Kameramann hier genauso behindert wie im Siebener oder was? Oh mein Gott! Das wollte ich ja auch, Alter. Ja, ich drück doch, Lan! Ja, jetzt hat er nicht reingedrückt. Round two. Fight! Ich mach dich kurz fertig, Alter. Jetzt reicht's an. Ich mach dich kurz fertig, Alter. Jetzt reicht's an. Was? Ja, genau. Ja, genau. Ja genau alle, aber jetzt Link Show You ist bestimmt Ja, mach deinen Backturn Shit, Bro Ja, verzieh dich alle Geht mir auf den Sack, alle Was wollte ich jetzt? Achso Du musst es down forward schon halten, bevor du eins drückst, das ist kacke eigentlich Das ist eigentlich richtig kacke Mh-hm Okay. Vielen Dank.